Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht, da war ich seit letzter Schluss. Dieses Mal bringt mich die Fritzbox quasi zur Verzweiflung, aber eben bloß quasi, denn ich erinnere mich an XTE als Retter in der Not. Mit XTE kann man Tastatur und Mauseingaben emulieren, also über so eine Skriptsprache und das verwende ich dieses Mal, wie schon in einer anderen Folge, um einen Webbrowser fernzusteuern. In einer anderen Folge ging es um das massenhafte Löschen von Peertube-Videos und dieses Mal geht es darum, wie ich in einer Fritzbox ganz viele Portfreigaben damit eingebe, die ich sonst immer Stück für Stück und für Protokoll für Protokoll per Hand machen müsste. Und das will ich mir nicht antun, also spanne ich wieder XTE ein. Ja, bleibt dran, wenn ihr solche ähnlichen Probleme habt oder nochmal allgemein wissen möchtet, was XTE so macht und kann. In der letzten Folge ging es ja schon um dieses Serverprojekt, mein erster Server, den ich wirklich komplett selbst aufsetze mit Proxmox und so ein paar Sachen davor führe. Und das ist jetzt quasi die, ja, Fortführung von dem davor. Aber insofern, der Zusammenhang ist relativ lose. Von daher könnt ihr auch was damit anfangen, wenn ihr die Folge davor nicht gesehen haben solltet. Ja, mein Problem war, dass ich für Dienste, die ich nach außen durchgebe, zum Beispiel so ein Stun- und Turn-Server, in meinem Fall ein Co-Turn, sehr viele externe Ports brauche. In der Fritzbox kann ich über die Oberfläche auch angeben, dass ich den Port 12345 auf die virtuelle Maschine mit der IP-Adresse sowieso auf den anderen Port umleiten kann. Das funktioniert prinzipiell auch ganz gut, wenn ich Standarddinge habe, wie unverschlüsselte HTTP, also Port 80, oder den Port 443 für HTTPS. Da funktioniert das. Was passiert aber jetzt, wenn ich sehr viele externe Ports brauche, die auch auf genauso vielen Ports von einer IP beziehungsweise einer virtuellen Maschine landen sollen? Ja, da Fritzbox eigentlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist, dass man so was macht, muss man wirklich jeden Port einzeln eintragen. Das habe ich jetzt, na sagen wir mal, fünfmal habe ich es gemacht. Die Klick- und Eintragearbeit mit den einzelnen Punkten aus Liste ausfählen und so weiter, das geht einfach nicht, wenn man wirklich viele braucht. So ein Stun- und Turn-Server, der braucht, ich glaube, so was bei 10.000 Port-Nummern in so einem Bereich. Das hätte er gerne. Und das braucht er nicht bloß für TCP, sondern dieselben Port-Nummern auch noch für UDP. Also wenn ich jetzt 10.000 externe Ports freigeben möchte über die Fritzbox zur Umleitung auf etwas Internes, dann müsste ich insgesamt 20.000 Einträge per Hand machen, was sich über verschiedene Felder und Klicklisten verteilt. Also da sitze ich, keine Ahnung wie lange dran, aber da habe ich die nächsten Tage was zu tun, wenn ich das jetzt machen wollte. Ich habe mich letztendlich damit genügt, dass ich so 20 Ports anlege, also 20 Ports für TCP und 20 Ports für UDP und die weiterleite. Das wird für unsere Zwecke höchstwahrscheinlich reichen. Darum habe ich es da erstmal belassen. Aber das jetzt per Hand zu machen, das fand ich einfach irgendwie zu doof. Das wäre so eine Maßnahme für sehr, sehr langweilige, sehr lange Winterabende gewesen. Und da wir im Moment ja noch Sommer haben und ich für die Kilo Open Source und Linux Tage eine Menge zu tun habe, ist das jetzt keine Option gewesen. Von daher habe ich jetzt ein Skript geschrieben, gucken wir gleich auch nochmal rein, was Maus- und Tastatureingaben simuliert und dann TCP und UDP-Portweiterleitung mit aufsteigenden Portnummern anlegt. Also ich gebe eine minimale Portnummer vor und eine maximale Portnummer und dann wird das einfach angelegt durch stupides, automatisiertes Klicken und Tastatureingaben simulieren. Das ist jetzt die Variante, die ich gewählt habe. Man hätte es natürlich auch irgendwie anders machen können. Also man kann zum Beispiel eine virtuelle Maschine mit einer Firewall aufsetzen, die alles entgegen nimmt. Also wo man so einen Exposed Host hat, der wirklich alle Eingaben, die aus dem Internet entgegenkommen, auf allen Ports entgegen nimmt und dann quasi die Weiterleitungs- und Sortierstationen spielt. Je nach Portnummer könnte man dann jetzt weiterleiten an die VM1 VM1 oder die VM2 und so weiter. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte mir die Firewall insofern sparen, da das Hauptsystem Proxmox-Server ist, der über den Caddy-Server, den hatten wir das letzte Mal in der Folge drin, schon Weiterleitungen für HTTPS und HTTP macht an verschiedene virtuelle Maschinen. Ja, also von daher habe ich jetzt diese Variante hier gewählt mit dem Skript. Was das für mich übernimmt, gibt immer andere Lösungen. Aber das war es jetzt für mich erst mal. Damit ihr einmal nachvollziehen könnt, wo jetzt wirklich mein Problem liegt, habe ich eine Aufzeichnung davon gemacht, wie so eine typische Abfolge von Klicks und Tastatureingaben aussieht, um eine einzelne Port-Weiterleitung einzutragen. Das ist jetzt ein Video, das ich auch in Einzelbildern mal abspielen kann. Also von daher, der zweite Mauszeiger, der sich jetzt bewegt, das ist der, den ich jetzt gerade quasi vor mir habe, den ich bei Hand bewege. Und der hier unten, das ist der automatisierte Mauszeiger aus dem Video. Das ist die Fritzbox-Oberfläche an der Stelle, wo man Port-Freigaben machen kann. Also, ich müsste erst mal hier auf Neue Freigabe klicken. Wenn ich jetzt im Video mal ein bisschen vorspule, dann habe ich da hingeklickt. Dann öffnet sich so ein neues, ja, ist das wirklich ein Fenster? Sagen wir mal, ist das ein Dialog-Element? Da steht dann oben drin Freigabe. Port-Freigabe ist vorgewählt. Also es gibt eigentlich überhaupt keine andere Option. Da muss ich hier bei Anwendung mir eins von diesen vordefinierten Profilen nehmen oder kann auch was frei eingeben. Dann hier beim Protokoll kann ich gleich auswählen, ob das TCP, UDP oder was anderes sein soll. Dann habe ich hier Port am Gerät, also beziehungsweise meiner virtuellen Maschine. Da kann ich einen Startport und einen Endport angeben. Da kann ich jetzt vielleicht Dienste betreiben auf verschiedenen Portnummern, die redundant sind, die vielleicht für jeden Port so einen eigenen Thread laufen lassen oder sowas. Und dann kann ich das durch die Fritzbox irgendwie zuteilen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass die Fritzbox das vielleicht so ein bisschen zufällig dann verteilt, so ein bisschen Loadbalancing macht, weiß ich aber nicht. Ich brauche quasi dieselbe Portnummer in diesem und in diesem Feld. Was ich jetzt gerne gehabt hätte, wäre jetzt Port extern gewünscht, dass ich dort genauso habe, Anfangsport bis Port, aber dieses Feld gibt es leider nicht. Also von daher brauche ich, wenn ich meinen Cotan in der virtuellen Maschine betreiben möchte und durch die Fritzbox eine Portweiterleitung machen möchte, hier so Eingaben wie Port 1000, Port 1001, Port 1002, Port 1003 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und so weiter. Und wenn ich das jetzt so machen würde, wie Cotan das gerne hätte, so ungefähr 10.000, rate ich jetzt mal, vielleicht ist es mehr, weniger, ich weiß es nicht, dann sitze ich da ewig bei, weil ich jedes Mal wieder durchgehen muss. Einmal hier klicken, auswählen, hier klicken, auswählen, da eine Nummer eingeben, da eine Nummer eingeben. Obwohl, die ergänzt sich, die nimmt, wenn ich die hier eingetragen habe, dann kommt hier quasi die Kopie rein, aber da muss ich es wieder ausfüllen. OK klicken, dann wiederum runterscrollen, nachdem sich der Dialog geschlossen hat und das Ganze wieder von vorn und das so 20.000 Mal. Das ist irgendwie doof. So, ich sprühe jetzt mal ein bisschen vor, damit ihr das seht. Genau, also das rotierende Dings da. Und ich muss auch einmal hierhin klicken, in einen Bereich, der kein Dialog-Element enthält, also nicht so ein Auswahlfeld oder so ein Text- oder Zahl-Eingabe-Feld oder auch kein Button ist. Das muss davor sein, damit das aktiv ist. Und ich darf auch kein Feld hier treffen, sonst würde mein Skript durcheinander laufen. Das Ganze ist jetzt in dem Skript, was wir gleich nochmal sehen werden, auf meine Auflösung, auf die Bildschirmauflösung ausgerichtet. Wenn ihr sowas ähnliches machen wollt, müsst ihr das überprüfen und müsst höchstwahrscheinlich auch die Koordinaten, also den Versatz von hier nach da, in Pixeln anpassen. Könnt ihr über so einen Screenshot machen und dann zum Beispiel mit GIMP einfach ausmessen, wie da so dieser Pixel-Versatz ist. Das ist auch nochmal wichtig. So, spule ich ein bisschen weiter vor. Also, da wurde hier einmal hingeklickt, damit das auch wirklich aktiv ist. Sonst werden Eingaben, manchmal, aber auch nicht immer, an das weitergegeben, was im Hintergrund ist. Also, dieses Dialog-Element hier, das hat nicht unbedingt den Fokus. Und durch einen Klick hier erreicht man, dass es wirklich den Fokus hat. Also, das war nicht wirklich so, ja, immer nachzuvollziehen. Also, sagen wir mal, 50-50 war das. Da hat es den Fokus automatisch oder eben auch nicht. So, ich spule weiter vor, dann, bisschen warten, dann geht das hier durch, durch diese einzelnen, ähm, vordefinierten Profile. HTTP-Server, HTTPS, Remote, irgendwas. Und wenn wir jetzt bei anderer Anwendung gelandet sind, dann dauert es ein bisschen. Und dann gibt es hier so ein neues Feld, Bezeichnung. So, da tragen wir gleich was ein, beziehungsweise das Skript. Da habe ich einfach hier gesagt, Coturn, UDP, weil wir diesmal eine UDP-Freigabe machen. Und die Portnummer. Ja. Dann mit Tabulator runterwechseln zu dem Feld hier und auswählen, dass wir auch UDP haben wollen. Dann wiederum weiter rücken, wiederum mit Tabulator, Port an Gerät, also der Anfangsport, wiederum eintragen. Der hier wird ergänzt. Mit Tabulator überspringe ich das Ganze. Und bei Port extern, da wird da schon rein dupliziert. Dann auch ein bisschen weiter. Fokus auf das hier setzen. Wiederum mit Tabulator. Und Enter drücken lassen. Dann schließt sich das Fenster auch wieder. Dann dauert das einen kleinen Augenblick. Und dann sind wir wiederum auf Startposition. Dann müssen wir wiederum das Ganze wieder von vorne machen. Und das, was man jetzt hier, gucken, ob da ein Frame ist, wo man es sieht. Genau. Hier sieht man, das, was da drunter liegt, nachdem ich diesen Dialog geschlossen habe. Es springt auch wiederum zur ersten Position auf dieser Seite. Und mein... So, da. Und meine neue Freigabe befindet sich am Ende. Also muss ich dann auch noch mal eine Tastatureingabe machen, dass es zum Ende springt. Also diese Ende-Taste drücken. Genau. So. Also das ist das, damit ihr wisst, worum es eigentlich dabei geht. Und wie lästig das ist, wenn man das nicht automatisiert. Das ist also das Skript, was ich gebastelt habe. Es ist... Ist das jetzt lang oder kurz? Also es sind insgesamt 119 Zeilen. Vieles davon wiederholt sich auch, weil man mehrere Male einfach eine Taste drücken muss, um irgendwas auszuwählen. Fangen wir von oben an. Also wir haben ja so einzelne Aktionen und wir brauchen eine gewisse Pause zwischen diesen Aktionen, damit der Webbrowser das wirklich darstellt, was man da gemacht hat. Also das kann man nicht unendlich schnell machen. Also man braucht wirklich Pausen. Ich habe für den Rechner, auf dem ich das habe durchlaufen lassen, eine Pause von 0,6 Sekunden genommen. Das funktioniert dabei gut, ohne dass da jetzt irgendwelche Glitches drin wären, sodass sich das irgendwie verhakt. Wenn ihr jetzt ein schnelleres System habt, dann könnt ihr diesen Wert auch ein bisschen runterdrehen, auf weiß ich nicht, kommt drauf an, müsst ihr probieren. Oder wenn es langsamer ist, dann auch diesen Wert erhöhen, damit das wirklich fehlerfrei durchläuft. Denn es bringt euch ja nichts, diese Automatisierung zu machen, wenn die irgendwelchen Quatsch einträgt oder auch nichts einträgt oder an die falsche Stelle klickt und irgendwas auslöst, was ihr nicht haben wollt. Also probiert das wirklich am Anfang einmal durch. Guckt euch so ein paar Schleifendurchläufe auch wirklich mal an, dass das wirklich sauber läuft. und geht nicht einfach sofort weg. Oh, das hat einmal funktioniert, jetzt kann ich aber auch raus. Also das kann auch beim ersten Mal gut gehen, beim zweiten Mal gut gehen, dann beim dritten Mal vielleicht nicht mehr und dann habt ihr bloß noch Mist dabei. Dann habe ich als nächstes hier zwei Variablen, die den Startport, also der erste Port, den wir eintragen wollen und den Endport, der letzte Port, den wir haben wollen, einfach definiert. Das ist bei mir das hier bis das da. Der erste Port, das ist in der Codeturn-Dokumentation, oder in der Dokumentation, also das stand irgendwo. Also ich habe mir diese Nummer jetzt nicht ausgesucht und das ist meine Endport-Nummer, die ist um 20 höher. Also ich möchte 20 Ports haben. Für eigentlich, wenn man jetzt so einen richtigen Codeturn-Server betreiben würde, dann würde man wahrscheinlich eine eigene Maschine dafür nehmen, wo richtig viel Bandbreite hinter ist. Das brauchen wir aber für unsere Zwecke überhaupt nicht. Also von daher habe ich mich erst mal dazu entschieden, bloß 20 Ports zu nehmen in TCP und UDP. Also es werden 40 Einträge gemacht und muss ich mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert oder nicht. So, so viel dazu. Dann haben wir hier zwei Abstandsangaben. Also einmal in X-Richtung, das sind 400 Pixel, und einmal in Y-Richtung, das sind hier die 500 Pixel. Das ist für mich bei meinem Monitor, bei der Auflösung, genau der Abstand zwischen dem Neue-Freigabe-Knopf und dem leeren Bereich oberhalb des ersten Feldes im Freigabe-Anlegen-Fenster. So, ich springe noch mal kurz zurück und wenn wir uns das hier jetzt noch mal angucken, das ist unten hier der Neue-Freigabe-Knopf und wenn ich jetzt da noch mal zurückspringe, ja, kann man es ungefähr sehen. Also hier unten ist das Neue-Freigabe und oben ist dieser Bereich, da muss ich hinklicken, damit das funktioniert, wegen Fokus. Dann wieder zurück. Also das hier sind diese Werte, die ihr wirklich für euren Monitor, Auflösung und so weiter ausmessen müsst, wenn das nicht stimmt. Dann habe ich ja so eine Pause von 5 Sekunden. Das ist die Zeit, die ich für mich ganz akzeptabel fand, vom Anschmeißen von dem Skript und rüber wechseln in das Browser-Fenster und den Mauszeiger, also die Startposition für die Maus wählen, indem ich auf diesen Neue-Freigabe-Button draufgehe mit der Maus, aber noch nicht klicke. Nach diesen 5 Sekunden läuft das Ganze jetzt durch. Also es geht hier alle Ports durch, von dem Start-Port bis zum End-Port. Mit SEQ wird so eine Sequenz generiert, also von Zahl bis Zahl, das spuckt mir eine Zahlenliste aus. Und in der Vorschleife von Bash wird diese Liste hier genommen und in die Variable Port reingefüttert. Das ist jetzt diese äußere Schleife bis zum Done. Dann habe ich auch noch eine innere Schleife, die UDP in die Variable Protokoll reinschmeißt oder danach auch TCP. Und dann gibt es hier so einen Schleifendurchlauf in der inneren Vorschleife. Die geht dann bis da und da sind die einzelnen Tastatureingaben und Mausbewegungen und Klicks und so weiter. Ich habe das Ganze eigentlich schon relativ gut beschrieben, was es jeweilig macht. Einmal für mich, damit ich dann nicht durcheinander komme und auch wirklich weiß, ob das funktioniert oder nicht. Also erst mal hier hinklicken auf dieses neue Freigabefeld, also den Button drauf. Das ist der XTE-Befehl Mausklick1. Also 1 ist die linke Maustaste. Dem habe ich jetzt eine Pause von 2 Sekunden gegönnt, damit dieser Dialog auch wirklich aufgebaut ist. Da sind irgendwelche Dialog-Schnickschnack drin, damit das so ein bisschen sich aufzieht, so aufbaut. Und das blendet sich vielleicht auch so ein bisschen ein. Also das geht nicht so schnell. Also das braucht eine gewisse Zeit und mit 2 Sekunden Pause war ich auf der sicheren Seite. Das könnt ihr auch verringern, wenn das bei euch schneller läuft. Oder ihr müsst es vielleicht auch hier erhöhen, diese Pause, wenn es bei euch langsamer geht. Dann haben wir hier diesen Sprung mit der Maus, also mit den X- und Y-Koordinaten. Also ich will, wenn ich jetzt hier unten bin, da möchte ich nach schräg oben springen. Von dem hier neue Freigabe-Button zum leeren Bereich oberhalb des ersten Fensters. Da mache ich so einen Sprung von da nach da. Dann habe ich hier meine Standardpause mit den 0,6 Sekunden bei mir. Und dann klicke ich da einmal rein. Und ich darf dabei kein Feld treffen oder ein Button oder sonst irgendwas. Es muss ein leerer Bereich sein. Und es muss auch vor allen Feldern sein, damit da diese Klickreihenfolge auch wirklich stimmt, damit es beim ersten Feld anfängt. Ja, und dann geht es lustig los. Also Anwendungsfeld wählen, zweimal Tabulator drücken. Da wieder mit einer Pause dazwischen. Vielleicht kann man es auch weglassen oder hier verringern, aber so viel Feintuning wollte ich da jetzt auch nicht reinstecken. Also von daher, ihr könnt das alles natürlich anpassen. Macht es besser, macht es anders, je nachdem, wie ihr es braucht. Dann mit Enter hier die Liste öffnen. Dann den Pfeil nach unten auf der Tastatur quasi drücken. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann landen wir bei andere Anwendung. Dann drücken wir Return. Und dann ist das ausgewählt. Dann springen wir in das neu erscheinende Bezeichnungsfeld. Also Bezeichnung heißt das Feld. Wieder Tabulator drücken, damit wir auch wirklich drin sind. Dann hier eintragen, Code hören, Protokoll, UDP, TCP und die Portnummer. STR ist ein weiterer XTE-Befehl. Da werden Zeichenfolgen einfach eingegeben oder beziehungsweise die Tastatur, Emulation gibt diese Zeichenfolge einfach nacheinander als Buchstaben oder als Zahlen ein. Dann wählen wir das Protokollfeld, wiederum mit Tabulator und öffnen die Liste. Dann müssen wir mindestens einmal die Pfeil nach unten Taste drücken. Und dann haben wir hier TCP ausgewählt. Und für UDP müssen wir zweimal nach unten drücken. Also von daher gibt es ja noch eine Fallunterscheidung, wenn UDP das Protokoll der Wahl sein soll, in dem ersten inneren Schleifendurchlauf. Dann drücken wir nochmal die Pfeil nach unten Taste und bei TCP sind wir mit einmal schon durch. Dann hier Port an Gerätfeld wählen, wiederum mit Tabulator. Einmal den Port eintragen. Dann das BIS-Port-Feld über... Achso, nee, das einmal wählen. Dann hier nochmal eintragen. Achso, das trage ich wirklich ein an der Stelle. Und dann mit 1, 2, 3, 4 mal Tabulator mit Pause dazwischen den OK-Button wählen. Dann mit einem Tastendruck auf die Return-Taste das OK auch wirklich klicken, drücken, wie auch immer. Und dann schließt sich der Dialog auch wieder. Dann müssen wir mit der Ende-Taste auch an den Anfang der Seite springen. Ich mache das hier zweimal. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Vielleicht braucht man das zweite nicht in jedem Fall. Und danach gibt es noch eine Pause, damit der Browser auch wirklich zum Ende gescrollt ist mit dieser Hauptseite, sagen wir mal. Dann muss ich die Maus auch noch wieder auf die Startposition setzen. Also von hier oben zum Beispiel nach dort unten. Und dann geht das Ganze wiederum von vorne los. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Macht es nach. Modifiziert es für eure Zwecke. Macht vielleicht was ganz anderes mit XTE daraus, wenn ihr lästige Aufgaben nicht nur im Webbrowser einfach mal automatisieren möchtet. Und es gibt keine andere Möglichkeit, also keine API, keine Kommandozeilen, Programme, mit denen man das automatisieren könnte. Dann ist das vielleicht so ein Mittel der Wahl. Also quasi so ein Notmittel. Retter in der Not. Ja, genau. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020